Aber du sagst, dass es alles gut ist, wenn ich das jetzt mache. Ja, ist alles perfekt. Na dann. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Ilallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Jetzt bist du offiziell Muslimin geworden. Und ich habe irgendwie so ein ganz komisches Gefühl in der Brust. Die ist irgendwie so, ja so, so weiter geworden. Wie fühlst du dich? Eigentlich gut. Aber überrascht und aber jetzt nicht schlecht. Das spürt man im Herzen. Ja, das kribbelt so komisch. Ja, das ist die Richtleitung von deinem Schöpfer direkt. Und den Rest, glaubst du, schaffe ich jetzt dann noch. Der Rest kommt von alleine. Ich habe immer gesagt, ich würde es nie am Telefon sagen. Man darf niemals nie sagen. Das weiß ich, ist auch mein Spruch. Ja. Guck mal, Allah hat schon vorbestimmt, dass du an dem Tag, in dieser Stunde, seine einzig wahre Religion angehörst. Weil in dir was Gutes ist. Und jetzt gehörst du dazu. Ja, er hört sich immer noch. Also es kribbelt in meinem Herzen. Ja. Und jetzt gehörst du dazu. Untertitelung des ZDF, 2020